Was ist die Hauptaufgabe der Hauptaufgabe? Ich bin Patrick Wies, ich bin Ninsani, ich arbeite bei Gegendor-System als Logistiker und heute zeigen ich mehr von meinem Beruf. Die Hauptaufgaben von mir sind sehr vielseitig. Kommissionieren ist sicher die Hauptaufgabe meiner Lehre. Die Ware fachgerecht verpacken und exakt kontrollieren und mit dem Starten den Lastwagen entladen und aufladen. Das Schöne an meinem Beruf ist, ich habe sehr viel Abwechslung in meiner Arbeit und man kann sehr viel selbstständig arbeiten. Die Lehre bei Gilgen sollte man machen, weil man sehr freundliche und hilfsbereite Mitarbeiter hat. Und natürlich das Gilgenfest, wo man viele Leute von der ganzen Schweiz leer kennt. Wenn du Logistiker werden willst, musst du körperlich fit sein, ein logisches Denken haben und vor allem nicht anpacken können. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meinen Berufsalltag gesehen. Was mich interessiert, dann bewerbe ich doch bei uns. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.